Cornelius Nepos war ein römischer Historiker und Biograf, Leben, Nepos, der aus Oberitalien stammte und dem Ritterstand angehört haben dürfte, war befreundet mit dem neoterischen Dichter Catull, der ihm seine Gedichtssammlung widmete, Marcus Talius Cicero und dessen Vertrauten Titus Pomponius Atticus. Von seinen zahlreichen Werken sind uns nur einige Biografien aus Deveris Illustribus erhalten, nämlich die über die nichtrömischen Feldherren sowie die zum Buch der lateinischen Historiker gehörigen über Cato den Älteren und Atticus. In den Nepos Handschriften ebenfalls überliefert sind ferner zwei Fragmente eines Briefes der Cornelia, der Mutter der Grachen, in denen sie ihren Sohn Gaius Sempronius Graccus heftig angreift. Die Echtheit des Briefes ist allerdings umstritten, wegen ihres schlichten Stils waren und sind die Werke des Nepos eine verbreitete Schullektüre. Neben Fragmenten sind folgende Lebensgeschichten erhalten. Ausgaben und Übersetzungen Peter K. Marsal Cornelii Nepotis Vitecum Fragmentis Leipzig 1977 Cornelius Nepos Deveris Illustribus Biografien berühmter Männer, lateinisch-deutsch hsg und Übers Von Peter Kraft und Felicitas Olive Kraft Stuttgart 1993 Cornelius Nepos Berühmte Männer Deveris Illustribus, lateinisch-deutsch hsg und Übers Von Michaela Pfeiffer und Rainer Nickel Düsseldorf 2006 Berühmte Männer Berühmte Männer Berühmte Männer Berühmte Männer Untertitelung des ZDF, 2020